Moin, moin! Was macht ihr denn da? Tja, der nächste Winter kommt bestimmt. Damit rechnen wir Bürger von Ahlen nun schon seit 750 Jahren. Aber seit wir uns einen eigenen Püt gebuddelt haben, kann uns eigentlich nichts mehr passieren. Und die Pötte, die machen wir auch selber. Ach so, die Kohlen, die sind für den Kanonenofen in meinem Schreberhäuschen. Man kann ja nie wissen, wegen Energiekrise und so, aber uns ist schon viel Schlimmeres passiert in den 750-Jährigen. Und wir leben immer noch. Oh, na, Fritz, gib mir mal einen Korn, aber einen Doppelten, bitte. Wie geht dieach undный Doppelten? Ready." Nee."